Durch Empfehlung hörte ich von diesem ganz besonderen Ort. Der alte Thomasburger Friedhof, gepflegt von seinen Anwohnern und seinen Liebhabern. Zuerst war es für mich schwierig, ihn überhaupt zu finden. Doch als sich endlich einen verschlungenen Weg nach oben kratzelte, offenbarte er sich in seiner eigenen Pracht. Die Pflanzen und Bäume der Efeu halten die Blicke fern. Doch an diesem 1. Mai des Jahres 2023 scheint die Sonne durch die Baumwüpfel und beleuchtet die alten Gräber. Alle Gräber sind gen Osten, wie Ostern, ausgerichtet zur Auferstehung, was ein alter christlicher Brauch ist. Die ersten Bestattungen begannen um 1892 und sie endeten 1937. Dann wurde ein neuer Friedhof für Thomasburg eingerichtet. Dieser alte und verwitterte Friedhof begeistert mich durch seine Ursprünglichkeit und seine ganz besondere Atmosphäre. Es ist ein Ort, um innezuhalten und in sich zu gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten und vielleicht habt ihr mal die Chance nach Thomasburg bei Dahlenburg im Nordwestdeutschland zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten und ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten. 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 Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten.